Musik Zur Agritechnica 2011 stellte MF die neue Traktorenbaureihe 7600 vor. Was die Neuen besser können als ihre Vorgänger, haben wir bei der Probefahrt mit einer Vorserienmaschine herausgefunden. Die Baureihe umfasst vier Modelle im Leistungsbereich von 185 bis 235 PS. Uns stand der zweitkleinste Vertreter, ein 7620 mit stufenlosem Fahrantrieb zur Verfügung. Schauen wir uns den Traktor im Detail an. Unter der einteiligen Motorhaube arbeitet ein Sechszylinder-Triebwerk aus der hauseigenen Schmiede Eco-Siso Power. Aus 6,6 Litern Hubraum werden 200 PS mobilisiert. Bei den stärkeren Modellen kommt auch ein 7,4 Liter Motor zum Einsatz. Für die Abgasnachbehandlung bringt MF die zweite Generation seiner SCR-Technik zum Einsatz. Der 40 Liter große AdBlue-Behälter ist in den 430 Liter Diesel-Tank integriert. Zwischen den Kühlern ist genug Platz für die Reinigung. Alle wichtigen Wartungspunkte sind gut zugänglich. Für das Heckhubwerk gibt MF eine maximale Hubkraft von 9300 Kilogramm an. Der fünfscharige Anbaupflug von Lemken war für unseren 7600er kein Problem. Insgesamt kann der Traktor im Heck mit bis zu fünf Steuergeräten ausgerüstet werden. Es gibt eine mechanische Notbetätigung für die Steuergeräte und eine externe Bedienung für Hubwerk und Zapfwelle. Die vollintegrierte Fronthydraulik hat eine Hubkraft von 4000 Kilogramm. Für hohen Fahrkomfort im Feld und auf der Straße sorgen die OptiRide Plus Kabinenfederung und die Quadlink Vorderachsfederung. Werfen wir einen Blick in die überarbeitete Kabine. Hier verbessern viele kleine Änderungen den Komfort und die Übersichtlichkeit. Den Lärmpegel gibt der Hersteller mit 70 Dezibel an. Leider sitzt der Blinkerhebel nach wie vor auf der rechten Seite. Unsere Vorführmaschine war mit der neuen Armlehnenbedienung ausgestattet. Der Fahrer findet hier alle wichtigen Funktionen übersichtlich zusammengefasst. Änderungen der Geschwindigkeit oder Schaltvorgänge lassen sich jetzt am neuen Multifunktions-Joystick und am Kreuzsteuerhebel vornehmen. Das gleiche gilt für den Wendeschalthebel links unter dem Lenkrad, wo zusätzlich noch die Fahrtrichtung gewechselt wird. Der Fahrtrichtungswechsel ist aber auch per Knopfdruck an beiden Hebeln in der Armlehne möglich. Zudem findet man am Joystick Bedienelemente für Tempomat, Hydraulik und Zapfwelle. Neben dem stufenlosen Dyna-VT-Getriebe von Eco gibt es auch das Lastschaltgetriebe Dyna-Six. Es verfügt über 24 Gänge, die auf 4 Gruppen mit jeweils 6 Lastschaltstufen aufgeteilt sind. Alle Dyna-Six-Modelle arbeiten mit einem Power-Management-System, das bei Bedarf bis zu 25 PS zusätzliche Motorleistung freigibt. Die ersten Serienmaschinen werden ab Mai 2012 bei den Händlern erwartet. Im Herbst soll die neue Baureihe dann voll verfügbar sein. Je nach Motorisierung, Getriebebauart und Ausstattungsumfang kostet ein neuer 7600er zwischen 140.000 und über 200.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Unseren ausführlichen Fahrbericht mit allen technischen Details finden Sie in der Ausgabe 1.2012 des fortschrittlichen Landwirts. Wir sind in der Ausgabe 1.2012 des fortschrittlichen Landwirts. Wir sind in der Ausgabe 1.2012 des fortschrittlichen Landwirts.